Spider-Man No Way Home, der neueste Eintrag ins Marvel Cinematic Universe und der dritte Teil der Spider-Man Tom Holland Reihe, Homecoming und Far From Home davor, sicherlich einer der meist erwartetsten Filme des Jahres und ein Film, der Prognosen zufolge wahrscheinlich auch das Box Office dieses Jahr brechen wird, so sehr, dass wir fast wieder vielleicht in alte Kino-Box Office Tage hineinkommen können. Es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr viel Erwartung auch auf sich lasten hat, was die Trailer und den möglichen Inhalt angeht, keine Angst, ich werde hier spoilerfrei bleiben in dieser Review. Der Film setzt kurz nach Spider-Man Far From Home an. Spider-Mans Identität als Peter Parker ist der Welt von Mysterio enthüllt worden, das heißt, jeder weiß jetzt, wer er ist und sein Privatleben von Peter Parker sowie auch seine Freundschaft zu Ned und auch Zendayas Figur werden auf die Probe gestellt, denn von dort an hat er keine einzige ruhige Minute mehr, woraufhin er sich entschließt, den Sorcerer Supreme Doctor Strange aufzusuchen und diesen danach zu fragen, ob er denn nicht vielleicht einen Zauber wirken lassen könnte, der dafür sorgt, dass alle Leute auf der Welt Spider-Man vergessen. Doctor Strange versucht das tatsächlich, der Zauber geht jedoch schief, was dazu führt, dass verschiedene Bösewichte aus anderen Spider-Man-Dimensionen, zum Beispiel Doc Ock und der Green Goblin, auf einmal in Tom Holland's Spider-Man-Welt auftauchen. Es war aus den Trailern ja auch bereits bekannt, dass es hier um Multiversen geht, dass hier Figuren aus anderen Spider-Man-Filmen auftauchen und das ist hier tatsächlich in meinen Augen auch einer der klügsten Aspekte. Dass das Multiversum in Marvel's Phase 4 präsent sein wird, haben wir bereits in WandaVision und Loki ja sehr stark gesehen, eher auf der Serienseite. Hier in Spider-Man No Way Home kommt dieses ganze Multiversen-Ding jetzt tatsächlich auch in die Film-Ebene vom MCU mit rein. Und wie gesagt, das ist irgendwo, finde ich, eine coole Idee, denn wir haben ja mit Spider-Man einfach eine Heldenfigur, die einfach schon mehrfach rebooted wurde, die schon von mehreren Schauspielern gespielt wurde und so weiter. Und da ist die Idee doch irgendwie ziemlich cool, die Bösewichte aus den anderen Spider-Man-Filmen, aus den Filmen mit Tobey Maguire und mit Andrew Garfield, jetzt in die Welt von Tom Holland's Spider-Man zu holen und damit Figuren auch irgendwie einzusetzen, die wir, wenn wir die anderen Filme kennen, tatsächlich auch schon kennengelernt haben und da jetzt keine unheimlich große Einführung oder Exposition brauchen. Denn eines der größten Probleme, zum Beispiel bei Sam Raimi's Spider-Man 3 oder auch bei The Amazing Spider-Man 2 war, dass es einen Überdruss an Bösewichten gab. In den Momenten bei den Spider-Man-Filmen, wo es zu viele Bösewichte gab, wurden die Filme auf einmal nicht mehr so gut, weil sie überladen waren inhaltlich. Die Gefahr besteht bei No Way Home jetzt hier auch auf jeden Fall, aber dadurch, dass wir viele von den Bösewichten schon kennen, ist sie zumindest ein bisschen entschärft. Jetzt ist es natürlich aber so, dass wenn man gerade zum Beispiel durch Trailer und so weiter immer kleine Versatzstücke zeigt, wie zum Beispiel Doc Ock haben wir gesehen auf der Brücke und so weiter in einer Action-Sequenz, dann hypt das natürlich sehr und das ist auch natürlich das, was die Trailer wollen. Die wollen, dass die Leute ins Kino kommen und so weiter und Bock drauf haben. Aber umso höher so ein Hype wird, gerade bei möglichen Multiversumssachen und Figuren aus anderen Filmen, die man lieb gewonnen hat. Ich zum Beispiel, die Sam Raimi-Spider-Man-Filme waren meine Spider-Man-Filme Anfang der 2000er. Ich habe Spider-Man 2 so unfassbar oft gesehen, ja. Da freue ich mich, Doc Ock wieder zu sehen, ne. Aber die Erwartungen können da, glaube ich, so ein bisschen ins Unermessliche wachsen, was wir denn in diesem Film sehen könnten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht hier und da ein paar Fans enttäuscht, dass Spider-Man No Way Home trotz dieser Multiversumssache versucht, im Kern ein intimer, kleinerer Marvel-Film zu sein. Ich meine, wir hatten mit Homecoming und auch noch mit Far From Home zwei eher kleinere, intimere Marvel Cinematic Universe-Filme. Es gibt die Filme wie Avengers oder sei es Thor und so weiter, wo es um Götter geht, wo es um große andere Dimensionen geht, Doctor Strange und so weiter. Aber die Spider-Man-Filme, gerade Homecoming, die haben so eine schöne Erdung reingebracht ins MCU, die mir auch immer unheimlich gut gefallen hat. Vor allem Homecoming war eigentlich ein Highschool-Komödien-Film mit Superhelden-Aspekten. Und auch Far From Home in meinen Augen war immer noch so eine Art Teenie-Road-Trip-Komödie mit Superhelden-Aspekten. Und das versuchen die Macher, um Regisseur John Watts auch in diesem Film irgendwie möglichst beizubehalten, dass man schon noch merkt, das hier ist ein Spider-Man-Film, das ist kein Avengers-Film. Und damit struggelt No Way Home tatsächlich irgendwie. Irgendwo passt diese Widersprüchlichkeit oder zumindest diese Aufgabe, die sich dieser Film setzt, in meinen Augen ziemlich gut zu Spider-Man. Denn wir haben es mit Spider-Man ja mit einer Figur zu tun, die ihr kleines, intimes, persönliches, privates Peter-Parker-Leben vereinen muss mit der großen Verantwortung und der Epik von Spider-Man. Das ist immer in dieser Figur schon drin gewesen, dieses Aufeinanderprallen von Welten. Und genauso wie Spider-Man das versucht und in jedem seiner Filme auch immer versucht hat, versucht No Way Home die kleinen, intimeren Momente der Spider-Man-Filme, sei es jetzt zum Beispiel die Freundschaft zu Ned und die Liebe zu MJ, mit den großen epischen MCU-Multiversums-Sachen zu verbinden und diese Kollision zu nutzen, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Das funktioniert in Zügen. Und grundsätzlich lobe ich das und will ich das auch sehr loben, das ist hier nach wie vor ein Film über Peter Parker. Das ist vielleicht sogar der Spider-Man-Film von allen, die wir je bekommen, wo es am meisten um Peter Parker geht und wie er seine Rolle als Peter Parker und Spider-Man in der Welt um sich herum hinterfragt. Gerade in einer Welt, die halt eben jetzt weiß, wer er ist und in einer Welt, wo halt eben auch noch ganz viele andere Superhelden existieren. Und in seinen besten Momenten von seinen zweieinhalb Stunden Laufzeit, was ja auch episch lang ist, gerade für einen Helden, der eher so ein bisschen kleiner ist so, gibt es immer wieder Szenen, die Peter Parker und seine Freunde und seine Family sehr stark auf den Boden der Tatsachen zurückholen, die ein bisschen lockerer sein dürfen. Die Leichtigkeit der Spider-Man-Filme, der ersten zwei im MCU, hat mir immer gut gefallen. Dieser jugendliche Leichtsinn, den die Figur ja auch mitbringt, auch das versucht No Way Home aufzugreifen. In den besten Momenten funktioniert das auch. Ich fand es auch gut, dass es hier in diesem Film wirklich auch um die Menschlichkeit von Peter Parker geht und die Frage, die er sich stellt, letztendlich aus großer Kraft folgt große Verantwortung irgendwie und was das für ihn tatsächlich bedeutet. Also die Figur in meinen Augen wird hier auf jeden Fall fokussiert in diesem Film, wird nicht fallen und außer Acht gelassen und wird auch tatsächlich auf eine sehr spannende Art weiterentwickelt. Dennoch kommt für mich diese kleine und Größe, so nenne ich es jetzt mal, wie ich gerade besprochen habe, nicht immer zusammen. Tatsächlich hat sich das für mich auch am ehesten beim Humor und der Action gezeigt. Die ersten beiden Filme, wie gesagt, die waren eher so Teenie-Komödien in gewisser Art und ich habe das gemocht. Zum Beispiel in Far From Home fand ich den Roadtrip-Aspekt besser als jede Action-Sequenz. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In diesem Film, wo es jetzt so groß um Multiversen geht und so weiter, versucht John Watts, das immer wieder reinzubringen. Es hat für mich aber nicht mehr gepasst. Also gerade die Highschool- und College-Aspekte, die hier dann drin vorkommen, so wie so die One-Liner und so weiter, die sind irgendwie nett gemeint, aber sie haben für mich nicht mehr funktioniert. Gerade bei der Figur von Doctor Strange, die auch auftritt, ist mir das sehr stark aufgefallen. Dann hat er ja einfach ernstere Szenen, in denen er dann anfängt, irgendwelche coolen One-Liner und Witze irgendwie rauszuhauen. Scooby-Doo, that shit und so weiter. Das hat für mich überhaupt nicht mehr in den Vibe des Films gepasst, denn dieser Vibe ist hier deutlich ernster und dramatischer und auch auf eine Art, wie bisher kaum ein MCU-Film, abgesehen von den Eternals, war. Auf der anderen Seite die Action-Sequenzen, die hier nie so riesig groß werden, wie man es vielleicht erwarten könnte und die durchaus mit einigen coolen Ideen aufwarten. Es gibt hier eine Action-Sequenz in der Mitte, die auch so ein bisschen mit dem Mirror Universe spielt und so weiter. Das ist ganz cool. Aber zum Beispiel das Finale hat mir action-technisch zum Beispiel nicht gefallen, weil dieser Film, gerade was die Optik angeht, einen sehr düsteren Ton wählt. Also der Film ist ab einer gewissen Zeit, gefühlt, spielt er nur noch bei Nacht und die Action-Sequenzen sind dann teilweise verraucht und blitzt und CGI und es hat mich fast erinnert an das Finale von Wonder Woman. Wenn ihr euch daran noch erinnert, Wonder Woman ja auch in meinen Augen wirklich toller Film, der aber gerade am Ende dann in seinem Wust aus Explosion und Rauch und Düsternis und so weiter eine Action-Szene präsentiert hat, wo ich zum Beispiel gesagt habe, das packt mich nicht. Das hat zum Beispiel für mich The Eternals dieses Jahr viel besser gemacht. Da habe ich die Action wuchtiger gespürt, vielleicht auch, weil sie seltener vorkamen. Hier war es für mich tatsächlich so, dass die Action-Szenen mit zu den schwächsten Momenten des Films gehört haben bei No Way Home, nicht unbedingt aufgrund des Inhalts oder dem, was passiert, sondern wie es aussieht. Und so kann ich schon das Fazit ziehen, dass ich mich in den 148 Minuten auf jeden Fall nicht gelangweilt habe, bis auf ein paar Hänger am Ende des ersten Aktes. Ich muss aber auf der anderen Seite auch durchaus eingestehen, dass es halt eben Dinge gab, die mir nicht so gut gefallen haben beziehungsweise die mir gerade im Hinblick auf die ersten beiden Spider-Man-Filme mit Tom Holland gefehlt haben. Diese Leichtigkeit, dieser Humor, dieser Spaß irgendwie. Ich mochte die dramatischen Aspekte in diesem Film, aber sie werden halt von unheimlich vielen verschiedenen Dingen immer wieder verdrängt. Und jetzt komme ich zu der Überladenheit, die ich angesprochen habe, die zum Beispiel Spider-Man 3 und The Amazing Spider-Man 2 hatten. Dieser Film macht es zwar besser, aber sie ist dennoch da. Also gerade die massivst vielen Bösewichte, Doc Ock und der Green Goblin, super. Also Alfred Molina und gerade Willem Dafoe hauen hier echt tolle Performances raus und die haben auch echt einen Zweck in dieser Geschichte. Aber es gibt so viele andere Villains hier auch, die überhaupt keinen richtigen Zweck haben, die nur durchs Bild laufen. Das war zu viel. Die ganze Einführung des Multiversums und so weiter. Der Grund, warum das eigentlich eingeführt wird, hat mich persönlich auch nicht wirklich überzeugt. Man kennt es aus den Trailern, ich werde jetzt hier aber nicht nochmal drauf eingehen. Das basiert für mich, basiert der ganze Film eigentlich auf einem sehr wackeligen, narrativen Gerüst. Und ich mochte die Ideen, die mit Spider-Man und Peter Parker zusammenhängen, sehr gern. Aber daneben, in diesen zweieinhalb Stunden, gibt es halt noch so viele verschiedene Ebenen, so viele verschiedene Figuren und Dinge, die passieren, dass es in meinen Augen dennoch wieder mal ein Spider-Man-Film ist, der insgesamt recht überladen daherkommt. Ich gebe No Way Home am Ende deswegen 6 von 10 Punkten. Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, du fandst den Film scheiße und schlecht und warum machst du alles nieder? Überhaupt nicht. 6 von 10 Punkten sind für mich immer noch ein sehr positives. Also es ist eine positive Note letztendlich. Ich fand den Film spaßig. Mir hat er in gewissen Dingen gut gefallen. Ich fand nach wie vor sehr toll, dass der Film sich versucht, immer wieder weiter auf Peter Parker und Spider-Man zu konzentrieren. Gerade die dramatischen Sequenzen haben mir hier sehr gut gefallen. Ich mochte die Rückkehr von Doc Ock und dem Green Goblin sehr gern. Das wurde gut eingebunden in das Ganze. Und ja, ich mag die Figuren insgesamt. Deswegen habe ich mich auch nicht groß gelangweilt. Ich muss aber sagen, dass einerseits für mich Humor und Drama in diesem Film nicht mehr so gut zusammen funktioniert haben, dass die ganze Multiversumssache tatsächlich für mich eher so ein bisschen wackelig war als in der Ausführung, als wirklich überzeugend und dass vor allem die Action-Szenen mich nicht so überzeugt haben. Und in so einem Film, wo es recht viel Action gibt, ist das schon ein Problem. Und ich habe das ja gerade schon angesprochen, die Action-Szenen haben mich nicht nicht überzeugt. Weil sie inhaltlich schlechte Ideen hatten, sondern weil sie optisch relativ hässlich waren. Dennoch werden sehr viele Fans diesen Film absolut abfeiern und auch zu Recht. Und ich möchte auch niemanden dem Film vermiesen und den Hype vermiesen. Wenn ihr Spider-Man und Marvel-Fans seid, dann geht auf jeden Fall in diesen Film. Euch erwarten hier Dinge, die sind wirklich richtig cool und bringen das MCU auch in eine Richtung, die sehr, sehr spannend ist. Wo ich jetzt auch gespannt bin selbst, wie es tatsächlich weitergeht. Schreibt mir gerne in die Comments, wie euch der Film gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und dann, ja, like, subscribe, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit Spider-Man No Way Home im Kino und sage ade.